so wir sind schon wieder geschoben gut wo sind wir denn jetzt stehen sie das flugzeug ok wir können wir auch noch ok oder hier leutnant der ist außerhalb von unserer zuständigkeit ok wir haben uns zuerst die aufzeichnung und gehen dann dahin wir gehen wir gehen querfeldern die von ihr keine Aufmerksamkeit wir sollten hier irgendwo Informationen finden können hallo ja da ist noch mal ein Ausrufezeichen dann schauen wir uns das an da drüben hallo wir sind ganz normale touristen wir machen mal die fertigungspunkte oh gott omg das sind ein paar das sind ja einige hier da haben wir auf jeden fall noch viel zu tun ich hätte eigentlich die die käppie die käppie austauschen sollen quasi eine kleine blaue käppie sondern eben ja eine schwarze oder eine grüne oder so ja passt auf wir haben feindaktivität na dann auf zur drohne tango markiert er steht sehr nah bei zivilisten ich hab ein ziel mit maschinenpistolen mit maschinenpistolen mit mehreren ok wie kann sie das sehen ah hier sind äh opfer das macht fünf ich bin ja jetzt verschmalen noch mal zum sniper ich will noch mal schauen ok wenn ich den erschieße merkt es niemand oh ne gitarre ok ok dann kann man ja fast schon in aktion treten ok ok aufatmen ja das war echt schlecht ok mach einen ok 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 okay ok ok Ich gehe in Position. Ziel markiert. Umgelegt. Reitend. Oh je. Julie, wie lange hängt der Typ schon da? Ich weiß nicht, amor. Vielleicht zwei Stunden? Lebt er denn noch? Sieh nach, ob er atmet. Ah, er ist da muerto. Mausetot. Er ist unter der Kappe erstickt. Seht ihr den Ständer an? Mierde. Ich sagte doch, das ist zu eng. Was ne Latte. Ich zieh ihm die Hose aus. Julie. Ei. Einversichtig auf ne Leiche bis Quartier. Ach, was zum Teufel. Wow. Der Riemen von dem Typen stinkt wie Scheiße. Und vom Körperpfleger hat der auch noch nie was gehört. Der Lümmel sieht aus wie eine Chorizo, die man durch Hundehaare gezogen hat. Nö. Hielst du mir nun endlich, ihn runterzuschneiden? Oder? Als hätte einer ne Banane geschält und in Butter gerollt und dann, ups, beim Friseur fallen gelassen. Wer? Julie. Hör auf damit. Oh, jetzt wird er schlaff. Jetzt sieht er aus wie ein Tukan, der sich ewig nicht rasiert hat. Amor. Por favor. Jetzt schau mal bitte kurz woanders hin. Was ist denn das für eine... Oh, Gott. Wow. Wow, 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 wow. So. Ich will einen Longshot machen. Das war kein Longshot. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Oh, Mann. Da kommen sie. Was ist der Plan, Bus? Der Plan war an sich easy. Wie, wie dumm kann man eigentlich sein, ne? Wie, wie dumm kann man eigentlich sein, ne? Da, wo wird er gut? Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war's nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter, äh, ich drin, ja. So, ultra, gemisch. Ah, Tobi, 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 gut, also, dann machen wir das halt offiziell. Dann machen wir das halt ganz offiziell. Ich meine, das, äh, ja, warum denn nicht? Der zwar schöner gewesen ohne, aber, wie gesagt. Äh, gibt's hier noch jemanden? Da hinten muss es noch irgendwas geben. Jetzt ist halt der, ähm, deutnant Elf Fluchen. Aber das ist ja, dieser ist hier noch rot. Okay, wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Gut. So. Ja, warte, warte, ich, ich befreit immer kurz. Äh, wie komme ich da rein? Warte, 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 warte. Wie der jetzt rumschillt. Der eine ist da schon reingekommen, das heißt, da vorne geht's rein. Diese blaue Türen, das passt. Das ist ein guter Platz, die sich je nachher durchgedient. Ja, das ist guter hier. Äh, Munition ist mir das schwer. Munition ist dann wahrscheinlich oben. und dann würde ich sagen ich bin der pilot ach der ist mit dem auto weg interessant das stecken hier landen wir müssen aufpassen dass wir ihn nicht kennen drohne fliegt da ich gehe in position suche eine bessere Schusslinie ich habe das Ziel bereit auf deinen Befehl mach die Brat eröffne das Feuer auf diese Herrsche decke alles hin hier guter Schuss Prozent Ausrüstung Rebellion ich rede okay ganz ruhig okay okay verdammt das haben wir das haben wir nicht gesehen da fliegen wir noch mal hin und dann holen wir uns um für zu viele Spiele wo es wichtig dämlich ist so ein blödiger passt auf so ein Hubschrauber zu blieben aber hier ist es wichtig geil kommt her staubbereit ich bin bereit da kommt her hallo 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 komm her Entschuldigung hier komm 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 ja also so suchen wir hier nach Informationen in gewisser Weise oh da ist ein Heli ich glaube von dem oder sogar unser also unser Hubschrauber hier ist eine Waffenkiste da stimmt zum Glück kann ich das ja überspringen dem 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 das gut zu meinen Stiefeln Sturmgewehr ja präzision mp5 ist da besser so neue teile zieloptik ja gut passt so und jetzt das und wir können wieder schau mal Hubschrauber da hinten so genau Hubschrauber stehen warte 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 jetzt hat er das gar nicht gemacht nicht ich dann schau ich halt so ich muss noch jetzt okay okay na ach 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 Entschuldigung ach 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 mh zu machen die leuchtpistole leuchtpistole action wenn der helhcopter so zerfliegen ist glaube ich nicht ganz Das ist mir unaufwendig, aber die merken das nicht. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich sehe ein zweites Ziel. Und das macht 3. Feind gesichtet. Hier ist Ziel Nummer 5. Ok, 5 zusammen. Gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Ziele fasst. Bin bereit. Gib Zeichen. Ich sehe das nicht. Wie könnt ihr von da schießen? Das sehe ich nicht. Eröffne Feuer. Hab ihn. Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Alles klar bei mir. Ja, ihr hättet ja auch was machen können, ne? Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Ganz genau. Hier nochmal. Hier nochmal. Also keine Markierung, sondern cooles Zeug. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird ein Sicario vermissen. Auf diesem Orden ist eine Coca-Pflanze. Ziemlich cool. So. Wir haben wieder ein... Gut. Äh... So. Ähm... Genau. Warte. Warte. Wir haben zwölf Fähigkeiten. Wow. Ähm... Warte. 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 Ähm... Wir wollten Druck, ne? Nochmal hier. Den da. Ja. Ein weiteres Ziel. Hä? 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 Was ist das denn? 1500. Aber... Was ist das? Äh... Was ist das? Ich kenne das nicht. Muss ich da... Äh... Ich muss wahrscheinlich dafür dann... noch irgendwas machen. Okay. Äh... Dann schauen wir mal hier... Fernklasse Zoom. Das ist natürlich auch gut. Aber da brauchen wir überall... sowas. Nachtsehen. Licht. Reichweite. Batterie. Dann machen wir mal Batterie. Mh... Kein Schmerz. Ausdauer. Ausdauer auf jeden Fall. Ähm... So. Jetzt haben wir nichts mehr. Gut. Liins concerned about... C- Saal. Bis zum nächsten Mal. �만. Bis zum nächsten Mal. T��. Danach. Na Jean, 어디 sind zum nächsten Mal. No primeiro schLABľa fence. Das wird zu sehen. Sagen, wir neuropfest. gobierno Nach придум大. kun. indicatorla. Richter. refined Definität. Bis zum nächsten Mal.